Was letzte Folge geschah Boah, wäre das geil, wa? Ich baue den Heutypen ab Richtig viel Kohle Richtig viel Kohle Da ist ein Spawner unten drunter Ich glaube, ich muss mir nachher mal einlesen, dass man uns alles craften kann Auf jeden Fall muss ich mir für'n... 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 Für'n Fabi ein paar Bärenfallen aufstellen Alter Ja, der Junge hat doch schon genug Probleme Naja Heiß Spiehl Aber Klenox mit seinem Teamkameraden kann uns gefährlich werden Glaubst du? Ja Ich hab ne Idee, ich glaube, ich hole nachher mal Treibsand und baue das vor das Haus Ja, dann laufen wir selber rein Ja Nicht unbedingt Guck mal, wo ist das Loch? Da Wir haben jetzt noch mal einen Minecraft Äh, Minecraft sollte man wieder auf den Haaren oder unten Auch sowas bringt, keine Ahnung Auch scheißegal Das coole ist, ich hab' Spinne zum Hochlaufen und äh'n Vogel zum Unterfliegen Neu'n Vogel Neu'n Vogel Neu'n Vogel Neu'n Ente Neu'n Huhn halt Ente, Ente, Ente Checkt Wenn ich jetzt Äh, wenn ich Huhn hab, dann hab' ich keinen Fallschaden Oha Neu'n 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 Ist ja das komplette Inventar Ja, müsste auch Neu'n Oha, mein Kopf, ey Oha, ich glaub' ich krieg' ne Beule Glaub' ich auch entgegengelaufen Neu'n Wir haben so ne, wir haben so ne, so ne, also Übergang vom Flur zum Wohnzimmer, wo auch das Klo, äh, die Toilette angrenzt, haben wir einen Übergang, ähm, mit Glas, also mit einer Glastür Die ist irgendwie zugegangen, als ich aufs Klo gegangen bin Ich renne zurück, Bumm Oh, hier ist noch mehr Eisen Ja, ich bin eben grad gestorben, weil ich sie runtergefallen bin Echt? Ist das irgendwas, was cool ist? Ich kann mich als Spinne mit nur einem Block weitergraben Von einem Blockhöhe Okay Oha, hier klopft jemand an den Soll ich ihn mal reinlassen? Ist das ein Zombie? Nee Ja Du musst Tür aufmachen und sagen, komm schnell rein Jaaa Holz bräuchten wir Haben wir doch genug, oder nicht? Aber ist grad Nacht Nee, fast gar nix Oh, da oben ist noch Oreo Eisen Oreo Dann machen wir hier einen schicken Holzfußboden rein So Holz, 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 Holz Palmholz Schauen wir was das ist Oh, das ist das Richtige Alter Ich hab schon wieder 20 Eisen Ja ist gut Oh, wo ist das ganze Holz? Hast du noch was im Inventar? Ein Holz? Nee Ich hab alles oben gelassen Wieso brauchst du Holz? Achso Achso Ja, ich wollte schon mal den Fußboden ordentlich machen Jetzt bitte, jetzt hab ich wenigstens geschalten Ram Ach ne, jetzt hab ich jetzt ja jetzt nicht schlau, ja Ah, jetzt hast du es geschafft, oder? Nee, überhaupt nicht Ich hab, äh, jetzt zwar neue Jahre runtergeladen, weil ich glaube 32 Bits hatte Und jetzt hab ich vergessen im Launcher das wieder umzustellen Ja Ich bin schlau Oh cool, Aluminium Ich hab die vielleicht nicht mit Holz erbauen Ja, hat schon viel Ich find's so abartig viel Eisen Hab schon wieder ein Vorkommen gefunden Guck mal lieber erstmal wieder hoch, dann können wir kurz pennen gehen An den Fabisdorf Kann mein Speedball auch neu starten Alles nicht Hallo und moin moin Was ist denn? Schau mal, schau mal in den, in den, in den Ofen Sönke Ja, warte WTF, Alter WTF Ich nehm jetzt auch wieder auf, ne? Tu dies Hol dich ne 3, 2, 1 3, 2, 1 Ja, juhu Ja und mit den Worten, hallo und wir kommen zurück Ich kann 4 GB RAM zuweisen Jetzt alle klatschen Uh, du bist scheiße Du warst für immer kacke Uh, Bühne Loll, Eisbäume Ach Chris, guck dir meinen Raum an Ich hab schon ein bisschen umgebaut Und Facken hab ich auch noch Haha, ich muss erstmal zurückfinden Was denn? Hat er wieder die ganze Zeit Nein, nein Ja, ja Die ganze Zeit, Alter Der war doch fast gar nicht auf dem Server Ja Okay, ein bisschen hab ich Schissel-Eis, Junge Ein bisschen hab ich schon geschafft, so lange Also ein Offensor war ich schon, aber Ähm, Leute Ja Ja Irgendwie hättest du aber gerade geleckt Nö Doch D hat er nicht Holzen Holzen Fack 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 Wartner Oh, man macht den scheiß Gap, Alter Ja, ohne Schaufel dauert das ein bisschen Braucht man schon ein bisschen Glück Gravel Stone, boah mal 1, 2, 3 Chris, bei uns läuft mega, ey Weiß ich wie viel Eis wir schon haben, Alter Ja, wenn ich mal einen kompetenten Keypartner hätte Ja, jetzt, jetzt hab ich 4 Gigabyte Arbeitsspeichert Ja, du bist trotzdem nicht kompetent Ja, ich bin trotzdem Ja, ich weiß Ich hab aber schon 10 gefunden, das bringen uns null Und Aluminium hab ich auch schon zu Und Cola hab ich auch gefunden Ja, dein herzlichen Glückwunsch Ha Da ist, da ist ein Zombie mit einem Glas auf dem Kopf Raus Weißt du Du kannst übrigens auch die Kisten sortieren, das weißt du, ne Ja Also mit diesen, mit den Knöpfen oben rechts Echt? Ah stimmt, das sollten wir auch machen, Fabi Wir haben nicht eine Kiste, Alter Einer? Ah doch, eine haben wir Einer haben wir Ich hab Holz, aber das ist glaube ich die falsche Farbe Ja, ist zufällig Guck mal ein bisschen Dschungelwood mit, Fabi Soll ich jetzt noch ruten? Ich bau mir mal kurz ein Eisenschwert Wer macht hier so rauf? Oh Ich hab doch kein Dschungelwood mit Ach übrigens Eis hab ich nicht gefunden Oder so, ey, Eis Eisen Ach ja, du bist nicht Competent Ja, ich hab ja auch nicht viel abgewandert Ich hab ja nur hier ein bisschen Ja, ich bin jetzt gleich wieder Ich hab das gemacht, was du zu mir gesagt hast Die Höhle erwartet Ja, und dann um sich das Feld kümmern Ja, das hab ich gemacht Ist doch immer noch nicht alles fertig Dann ist das Haus Okay, ich bin jetzt zurück Ne, ich schwöre alleine wirklich schnell Ah, ich bin ja alle Jetzt hab ich auch ne große Spinnen Ich hab... Weißt du, was eigentlich viel schlauer wär? Wenn wir einfach in das Haus da rein gehen Wenn ich alleine aufnehme? Mal Machst du doch sowieso schon Ich bin doch eh nicht auch Mann, Fabi ist voll arm dran, der wird nur gemobbt Ah ja, wohin läufst du, Alter? Weiß nicht, ich lauf so Richtung Todespunkte immer Hier bin ich hinter dir Wo? Da! Hier! Oh, ey, nicht wieder aus Es tut mir leid Hast du Kohle? Ja Wo ist unser Haus? Ops Hier unten, da wo die Kohle liegt Hier hab ich Ich hab hier die Kohle hingestellt So steil? Ah, ich hab sie Ich hab... Ich hab schon... Da drinne Ah, perfekt Da hab ich nämlich schon Holzröde gemacht Nesse, Nesse Mach mir mal bitte ein Eisen zu Lass mich mal nach dem Feld gucken Hab ich dann auch mal Danke Ich wollt's dir mal in der Aufmerksamkeit zeigen Aber hey Gut, dass du zuhörst Und Benadonablume Ich... Ich will keine Blume Ich will essen Na, Gott sei Dank haben wir das Problem nicht War das? Ihr seid auf die 2 Zu viel essen Was ist das? Zu viel essen? Das ist was? Das ist, wenn man... Wenn man zu viel essen hat Äh, ich hab Übelkeit Hexe Oder sowas Irgendwas unsichtbares Da... Da schwebt was Ah! Das schwebt nicht Ne, das ist so ein komisches Das schwebt nicht All raune, lol Loll Ne, nicht mich töten, nein Das schwebt nicht so behindert auch sein Hab das Schwebchen Ich baue mal um den Skelettspawner ein Haus Damit wir es auch tagsüber abfarben können Ja Den Spawner Welches... Welches Holz ist das, was ich brauche? Ich hab dir noch was gegeben Ich hab dazu geschmissen Ja, aber ich wollte wissen, welches Holz... Das sind diese... Nicht das dunkle Holz, was draußen am Wasser ist, sondern das helle Hä? Wo kommen die Viecher her, Alter? Äh, aus diesen Alrauna-Pflanzen Einfach nicht abbauen Cool Jetzt hab ich Alrauna... Ne, die... Du blubberst Belladonna... Belladonna... Blumen... Baumwolle Ja, aber ne Erdbeere, guck mal Ne Erdbeere Ja, und? Tomaten Tomaten Ja... Kuchtenmappen Ja, wie viel Essen hast du, Alter? Nix mehr Ich seh's in deiner Hand, Alter Jetzt nix mehr Ey, Junge, jetzt gib mal Ja, warte, ich gib dir gleich was Was für ein Teamspiel Ich hab dir doch gegeben Ich hab dir doch gegeben, du Peser Hier wohnen, war meinste? War mal geil War mal Luxus, bitte Ja, guck mal, hier werden wir schlafen Wo ist denn der Crafting-Table? Ich hab doch Wolle Hier kommen die Betten rein Ich hab irgendwie das Gefühl, Team Nestos ist viel besser organisiert Ja Mit dir in einem Raum Was? Unser Team ist besser organisiert auf jeden Fall Ne, ich schlaf nicht mit dir in einem Raum, leck mich Ich krieg das große Team Das ist nun gar kein Zimmer hier Ja, doch, jetzt schon Ja Kann ich Bett legen, geht nicht, ne? Ja, geht nicht Ja, geht nicht Wo kann ich auch nachts klafen? Hast den Cobblestone mal in die Kiste gelegt? Den Cobblestone Jetzt leg doch mal deinen Scheiß Stell doch deinen Scheißbette einfach da rein Was ich mach einfach Ne, damit kann man Ich kann mit Marble Cobblestone keine Sachen craften Nein Warum gibt's den dann? Es gibt auch Holz, was du nicht verwenden kannst Ja, das Däpfel zum Beispiel Bau aber Bau aber dieses Aluminium nicht mit Deiner Geht nur mit Eisen Ui, 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 ui Wenn man Bäume abbaut, dann kommen ja ganz viele äh Äh, 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 Äpfel und so raus Okay Ja Ja, so Kaki-Bohnen Ja Das ist doch Cobblestone, Junge Will ich mich verarschen? Echt? Ja So dumm der Junge manchmal Okay, immer Ähm So, Stöcke Und ne Holzspitze, äh Steinspitze Ah, wenn du den Marble Cobblestone in ne Ofen tust, dann kriegst du diesen weißen Stein hier Hey, überall ist Ist das gut aus? Doch hier, Alter Ist was hier Weiß ich nicht, für mich jetzt ist die Standard-Tacture Ich muss mal gucken, ich da mein Pacture-Pack Äh, aber du kannst da auch ein Wix machen Danke, ich baue jetzt den Mobspawner nicht so wirklich schick außenrum aus, ne? Erstmal Nein, erstmal noch gar nicht, das machen wir später Ich geh mal ein bisschen Holz schon, ne? Ich bin aber schon fast fertig So, so, als erstes, als nächstes Warum nehmen wir nicht das Haus von der Bratzi hier auseinander? Oder lebt die noch? Nee Ich hab ja gesagt, wie anstatt dass sie da reinziehen und da wohnen Nee, das sieht scheiße aus, lass mal auseinander nehmen und das Holz verwenden Ja, ich hoff's nicht, das ist wegen halt, ich hätt schon längst... Da hinten ist die doch noch Echt? Echt? Kann man die töten oder lieber eher nicht? Sie doch einfach Richtig, die töten mich Die bacht da eh im Boden rum, Treibsand Dürfen alleine Nee, die stirbt da drin nicht Kann sich da wohl ganz normal bewegen Nimm die Scheißdreck einfach auseinander halt Aber, aber den Mod, ähm, dass das hier... Die bewegt sich da, die kommt auf mich zu Schick, danke, schick Aber anstatt dass sie die Mod, die Mod auch noch reinpacken hier, ähm, dass das Holz, wenn man im Abbau runter... Genau das, ähm... Also, für alle, die das nicht kennen, dass das Holz so runterfällt Timbermott Timbermott Ja, ich weiß aber für alle, die das nicht kennen Ich bin Läumen, Diamantflop Hast du... Hast du... Du hast es getötet Du hast es getötet, jetzt bist du ein Pferd mit so einem komischen... Oh ne, krieg ich doch hinten drauf Lauf! Hab dich nicht geschlagen Ach, hast du es dazu gebaut, Sanke? Ja, weil ich hier gerade arbeiten muss Achso Hier ist was Äh, ja, was kann ich noch bauen? Hä? Oh, das hat ein Ei gelegt Ich... Killstealer Nein! Nein, das Huhn! Achso, ich hab ja noch Ja, ist nicht so schlimm Voll hässlich aus, so fett Jetzt ist es tot Ich geh So, perfekt Ich hab Kokosnüsse, was kann man damit machen? Weißt du, du kannst mal ne Farm ausbauen draus Leute, der hat ja so ne Rakete hinten drauf Mh So what, ey? Wer hat ne Rakete drauf? Es ist fertig, wo ich bin Ja, ich hab schon gesehen, man kann sich wohl auch irgendwie Raketen so craften oder so Ah, geht mal bei eurem, ähm, ähm, bei Inventory Tweaks auf Optionen, dann auf Inventory und geht auf, äh, oder wie es heißt Auf das, auf das, auf das und auf das Da steht, äh Geil Es ist zwar einmal drauf drücken, wenn der Cheat-Motor erstellt Das ist fuck, wer ist denn, ich würde es töten Na geil, ich hab Gerste oder sowas bekommen Knochen, ich kann Knochenmehl machen Was ist das? What the fuck? Das ist mir jetzt gerade erst aufgefallen Da hinten steht ein Mörder-Baum Wo bist du? Bei uns hier Wow, du hast ja richtig fett gebracht, was? Sönke, ich hab nen ganz fetten Baum gesehen, da muss ich hin LOL So langs noch Nacht ist, äh Tag ist Wie so ein Elefant ohne... Ja, wie denn immer Ah, ich muss mir noch Essen mitnehmen Proviant für den Weg Ihr habt Essen, ne? Alle mit Kokosnüssen machen Wer hat die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss geklaut? Ach, ich verwandle mich einfach in ein Pferd Bin ich schneller Hahahaha Alter Ne, ich bau mal Kisten hier Ich bau mal Kisten hier Dieses Palmen-Gedöns kann man auch nicht benutzen, ne? Palmen-Holz Ne Ja, mach dich mal nützlich, Junge Ja, ich fühl mal grad die Kiste voll mit dem Zeug, das ist klar Äh, weil dann noch so viel haben wir Weiß ich Platz drin, das meinst du? Ja Das meinst du, warum ich neues Holz holen will? Alter Ey, ich hab doch Holz Alter, ist das ein fetter Baum Ne, mach mal paar Kisten Mach da unten ne Nahrung Stönke Ich hab ne neue Idee für unser Haus Und ich seh Schafe Ja, erstmal Baum Ja Wir bauen eh noch ein Haus Alter, ist das fett Was? Ich verwall mich erstmal in ne Spinne Das ist ja einfach ein Baum Klar Magliches Holz Was? Ich hab keinen Platz mit in den Tarb und nehmen wir dafür raus Treibsack Ich baue den Baum jetzt einfach ab Ananas? Ne, lass ihn doch stehen, wenn er so gut ist Ah, okay Ah, okay War cool Aber ich komm zurück, ne Lassen wir mal jetzt weiter bauen Oh, es wird dunkel Nein Ich muss zurück Ja, schon Äh, wo geht's in die Reihen? Da wo man rausgehen kann Ja, wo man rausgehen kann Hier, da wo es schicken ist Boah, mach dich mal zum Mensch und schlag ich dich gleich Nein, nicht schlagen Nein, nicht schlagen Hey, ich bin ja behindert Komm, was ich in der Hand habe Ne Ich will nicht wissen, was du in deiner Hand hast Was hast du in der Hand? Ich glaub, wir können auch schlagen Mach mal ne Tür Kein Holz mehr Ach, ich bin, ich kann mich ja eine Spinne vornehmen Ich hab mal so blaues Holz gehabt Ich hab auch so blaues Holz Magic Warte Mach doch mal ne Tür draus Mach doch mal ne Tür draus Ah, das ist ja Da kann ich auch Weckt Fabi bei euch auch? Mhm Alles klar So Dann brauchen wir mal Schilder Oh, ich hatte schon Dickscheiß So Das macht sechs Schilder entlang Ist euch ne Farm für Für Essen oder für Hühner und so? Essen 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 Ups Leute Ja 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 Boah, ne ey Enderman Kommt der sch- Kommt der scheiß Enderman jetzt her Hallo 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 Cap Aktiviert nochmal Holziges Ich geh mal ganz kurz Skins farben Sönke Hinten ist ein Skelett Das hab ich noch nicht in meiner Sammlung Höhöhö Höhö Wölziges Steiniges was gibt's noch? Werkzeug Ach Gott, ja manchmal Immer noch nicht so einer befahren Werkzeug So Und Essen Und Essen